Im zweiten Teil der heutigen Marktbesprechung, wie gerade avisiert, sprechen wir mal über das Thema hier im News Spezial. Bärenmarkt, Rallye und Trading fallen im DAX mit dem Unterthema, so reiten sie die Wellen im Bärenmarkt. Und hier möchte ich einfach mal ein bisschen darauf eingehen, was so die Eigenschaften in einem Bärenmarkt sind und warum man nicht einfach nur die technischen Situationen rannehmen sollte, sondern sich auch als Händler mal ein paar Gedanken machen sollte über wirtschaftliche Zusammenhänge, einfach um die Gründe zu erkennen, warum wir Abgaben haben, was dahinter steckt und das in den Kontext zu setzen, wann das Ganze hier an dieser Stelle wieder besser werden kann. An diesem Punkt natürlich das zweite oder der wieder der neue Risiko hinweist. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Wir blicken jetzt einfach mal auf, sage ich an dieser Stelle mal, ein paar wirtschaftliche Fakten rund um das Thema Bärenmarkt. Warum mache ich das? Weil ich halt aus meiner Erfahrung weiß, ich trade seit 1998 an den Märkten, bin gelernter Bankkaufmann und habe in meiner Arbeit als Bankkaufmann, die Kunden, die ich beraten habe, waren vermögende Kunden, das waren teils Unternehmer, die hatten natürlich in der Regel auch einen guten Kontext zu den wirtschaftlichen Rahmendaten. Und gerade die Unternehmenslenker, die hatten ein sehr, sehr gutes Gespür für die Wirtschaft. Und ich habe halt gelernt durch die Zeit, dass es wichtig ist, dass man nicht nur auf irgendwelche Charts schaut, sondern dass man gerade für die zukünftige Entwicklung auch ein bisschen auf die Wirtschaft schaut. Einfach um zu sehen, was passiert gerade am Markt und wie muss ich mich als Händler daran anpassen. Weil wir müssen uns als Händler genau wie jeder andere Unternehmer auch immer an das aktuelle Marktumfeld anpassen. Und all diejenigen, die sich sagen, wir laufen jetzt einfach wieder gen Allzeithoch, sage ich an dieser Stelle, natürlich, ihr habt recht, das kann passieren. Aber denkt doch auch mal in die andere Richtung. Wir sind verortet in einem Abwärtstrend. Und viele, die ich mittlerweile gesprochen habe, gerade von den Jüngeren, die kennen ja nur die Phase, wo es richtig nach oben ging, wo die, sage ich mal, Welt vollgepumpt worden ist seit der Finanzmarktkrise 2008 mit einem Haufen Geld, wo es also immer durch die Notenbanken schön nach oben ging. Und die alten Zeiten, die sind teilweise den Händlern gar nicht bekannt. Oder der ein oder andere Händler hat es auch einfach vergessen, wie es damals los gewesen ist. Deswegen sage ich, sowas muss immer irgendwo ein bisschen auch im Hinterkopf bleiben. Und deswegen sprechen wir hier an dieser Stelle jetzt erst einmal über ein paar wirtschaftliche Fakten rund um das Thema Bärenmarkt. Und was hängt denn einfach da dran? Weil einen Bärenmarkt bekommen wir ja nicht nur, weil ja plötzlich alle verkaufen. Die Kurse fallen, weil alle verkaufen. Ja logisch, wenn wir einen Verkaufsüberhang haben und keiner kaufen wollen, dann fallen natürlich die Preise. Das ist wie mit den Osterhasen im Supermarkt. Vor Ostern sind sie teuer und nach Ostern, wenn sie keiner mehr haben will, haben wir plötzlich keine Nachfrage mehr. Das Zeug ist aber noch da, also wird es billiger, weil es verramstarten muss. So ist das entsprechend auch an den Märkten mit den Aktien. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Und in den Phasen, wie wir es jetzt gehabt haben, das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, dann gibt es auch immer mal so das Thema Liquidationsengpass. Das heißt, die Unternehmen brauchen Geld, nicht nur die Unternehmen. Was wird gemacht? Alles, was man da hat, was man zu Geld machen kann, wird verkauft. Das ist die sogenannte Forced Liquidation. Und das bringt die Märkte halt dazu, dann nach unten abzufallen. Privatleute gehen aus den Märkten raus, weil sie einfach Angst haben um die eigene, sage ich mal, wirtschaftliche Entwicklung. Die haben Angst um die Gesamtwirtschaft und Angst, sage ich mal, Geld zu verlieren, weil die Märkte runtergehen. Dadurch gibt es natürlich Verkaufsaufträge für die Fonds. Was müssen die Fondsmanager machen? Die müssen diesen Verkaufsaufträgen natürlich nachkommen. Wie kommt die Kohle dann aufs Konto der Kunden? Ganz klar, es wird verkauft, Aktien werden verkauft. Und so führt entsprechend eins zum anderen. Und dann kommt es zu diesem starken Verkaufsüberhang. Und der ist natürlich oft auch begründet mit wirtschaftlichen Fakten. Und diese wirtschaftlichen Fakten sind, dass wir aktuell, also das, was wir jetzt gerade sehen, ja, rund um den Globus, aufgrund der aktuellen Lage, ist einfach, dass wir hier von den Staaten, den Regierungen, den Notenbanken, haben wir aktuell sozusagen eine Welle von massiven Rettungspaketen. So, und diese massiven Rettungspakete, die haben halt einen wichtigen Grund. Und diese Rettungspakete sollen retten, was noch zu retten ist. Das heißt, das ist keine Liquiditätsspritze zugunsten der Aktienmärkte, wie wir das in den letzten Jahren immer mal gesehen haben, sondern das sind Hilfsmaßnahmen, dass die Wirtschaft nicht in einen zu massiven Abwärtsstrudel gerät. Was ist der nächste Punkt, der sich daraus ergibt? Diese massiven Rettungspakete führen zu einer steigenden Staatsverschuldung, führt zu sinkenden Wirtschaftsindikatoren. Der eine oder andere mag jetzt sagen, ja, mei, die Staaten sind verschuldet, ja, sind sie ja schon länger. Das bringt das Thema aber noch auf eine andere Spitze. Wir haben ja auch in der EU gewisse Richtlinien, wie sozusagen die Staatsverschuldung auch ausschauen soll. Leute, denkt nicht, dass das alles ausgehebelt wird. Jetzt, wo es brennt, muss man natürlich erst mal löschen. Da kann es durchaus eine Phase geben, in der man einfach in der EU sagt, okay, Leute, wir bringen jetzt einfach mal die Kuh vom Eis und hebeln das Thema der Staatsverschuldungsobergrenzen mal kurzfristig aus. Die wird aber wieder reinkommen. Die müssen zurückgezahlt werden, die Schulden beziehungsweise zurückgefahren werden, gemessen auch am Bruttoinlandsprodukt. All diese Dinge, das hatten wir ja in 2008 und 2011. Also diese Sachen sind ja schon oft durch die Medien gegangen. Der nächste Punkt hier sind die sinkenden Wirtschaftsindikatoren. Ja, wenn jetzt beispielsweise so ein IFA-Geschäftsklimaindex massiv in den Keller geht, warum gehen die denn in den Keller? Einfach, weil die Unternehmenslenker negativ in die Zukunft schauen, weil wir negativen Impact haben. Es wird weniger verkauft, es wird weniger sozusagen in die Zukunft investiert. Die Unternehmer versuchen jetzt erst mal alles, um die Unternehmen, sag ich mal, überleben zu lassen. Wenn wir hier einfach mal schauen, bei uns in Deutschland beispielsweise, durch diese ganze Situation, die wir jetzt haben, durch die Ausgangseinschränkung, durch die Einschränkung in den Restaurants. Vapiano kennt sicherlich jeder insolvent. Maredo kennt sicherlich auch jeder insolvent. Die sind ja nicht insolvent gegangen, weil die Wirtschaft so toll läuft, sondern weil wir einfach, oder weil die Unternehmen einfach die Probleme haben, dass keiner mehr kommt. Die haben riesen Personalkosten, die haben riesen Unternehmenskosten für die Mieten und, und, und. Da gibt es eine Menge. Und jetzt kommt plötzlich kein Geld mehr rein. Und die Unternehmer versuchen quasi alles, um das Unternehmen irgendwie am Leben zu halten, ja. Und das bringt uns dann dahin, dass die Wirtschaftsindikatoren deutlich absacken. Das nächste, was wir sehen, ist das Thema steigender Kurzarbeit. Ich hatte das im letzten Jahr schon mal gesagt. Im Automobilsektor hatten wir beispielsweise im letzten Jahr schon eine Kurzarbeitsquote, die so hoch war wie in der letzten Krise 2008. Das hatten wir letztes Jahr. Jetzt haben wir das Thema Kurzarbeit ausgeweitet in ganz viele andere Bereiche unserer Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit wird als nächstes ansteigen. Das heißt, wenn wir hier nicht zeitnah sozusagen Regelungen bekommen, dass die Unternehmen wieder normal arbeiten können, dass die Arbeitslosigkeit, sagen wir mal, gar nicht erst großartig ansteigt oder über längeren Zeitraum ansteigt, wird das langfristig oder mittelfristig zu einer deutlich erhöhten Arbeitslosenquote führen. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, höhere Arbeitslosenquote heißt, die Kunden, also die Konsumenten, die Angestellten haben weniger Geld im Portemonnaie. Was folgt sozusagen hier auf den Fuß? Nach der Kurzarbeit, den schlechten Wirtschaftsindikatoren, gibt es natürlich eine eingetrübte Konsumentenstimmung. Heißt, das ist das nächste Rad, was sich dann nach unten hin mitdreht, die Konsumenten hören auf, Geld auszugeben. Die sparen lieber die Kohle erstmal für kurzfristig schlechte Zeiten. Was fehlt, sind die Einkäufe. Es wird kein Geld mehr ausgegeben. Wichtige Ausgaben werden in die Zukunft verschoben. All diese Sachen, das hat schlechte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und das führt dann dahingehend dazu, dass wir hier schrumpfende Wirtschaftsleistungen haben. Das heißt, wir haben eine drohende Rezession bzw. eine Rezessionsausweitung. Das ist mal so ein typischer Verlauf, wie sich so ein Bärenmarkt entwickelt. Das heißt, das sind immer so Wellen, die wir da haben. Und diese Wellen, die sieht man dann auch in den Charts. Wir machen jetzt mal an dieser Stelle weiter und blicken einfach mal in den Ablauf eines Bärenmarktes. Ich hole dazu mal einen langfristigen Chart vom DAX mit rein. Wirklich sehr, sehr langfristig an dieser Stelle. Kurzen Augenblick. Gucke ich einfach mal kurz in einen Chart rein. So, da gucke ich einfach auf Trading View. Hole den DAX mal rüber. So, gucken wir uns den DAX mal an hier. Muss ich nur mal das Ganze raussuchen hier. So, da brauche ich es halt wirklich sehr, sehr langfristig. Deswegen gehe ich auf ein anderes Chartprogramm, weil im kurzfristigen Trading reichen die Daten, die wir hier jeden Morgen bei Tickmill auch betrachten. Im langfristigen Zeitraum reicht das natürlich nicht aus. Das heißt, wir gucken jetzt hier auch nicht auf einen Stundenchart im DAX, sondern wir nehmen uns jetzt wirklich mal hier, ich sage mal ganz krass, einen Monats, naja, ich glaube einen Wochenchart ist hier an dieser Stelle besser. Der Monat ist hier in diesem Chart auch ein bisschen lang. Schaut euch das Ganze mal an. Wo hatten wir denn hier den letzten Schub nach unten? Schaut euch das mal an. Hier, blicken wir mal kurz zurück. Auf, wartet mal, das muss ich mal kurz rüberziehen hier. Das sieht man hier jetzt gerade schlecht. Wartet mal, ich muss mal den Chart kurz ein bisschen größer hier ziehen. Ich schalte den auch nochmal um auf Kerzen. Die sind, glaube ich, besser zu sehen. Und dann muss ich mir hier mal mit einem kleinen Trick behelfen, dass man das, was ich zeigen möchte, auch deutlich besser sieht hier im Chartfenster. Und zwar, worauf es mir jetzt hier entsprechend ankommt, ist das, was wir hier drüben einfach mal sehen. Schaut euch mal an. Perspektivisch genommen hier an dieser Stelle. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Hier, schaut mal. Das ist mal ein typischer Verlauf von dem Bärenmarkt. Hier, wir hatten hier ein Hoch gesehen im April 2015. So, dann ging es nach unten. Hier, kurze Korrektur, nochmal ein massiver Schub nach unten. So, das halt dazu. Wenn man sich das Ganze jetzt mal, wo schon gesagt, das ist ein Wochenchart. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. Hier, beispielsweise im Tageschart, im DAX beispielsweise hier. Haben wir es ja da. Haben wir ja gerade vorhin auch besprochen. Was sehen wir hier momentan? Wir sehen hier im DAX momentan einfach die Situation. Schaut, was haben wir hier. Wir haben den starken Schub nach unten. Und wir haben jetzt hier entsprechend hier schön eine Gegenbewegung. Also, wir haben jetzt hier einen Trend, der nach unten entstanden ist. Der Trend ist hier oben entstanden. Der Schub ist nach unten da. Hier gab es die erste Bodenbildung. Dann geht es jetzt wieder nach oben. So, das ist das Bild, was wir übrigens auch hier sehen. Das ist jetzt ein Wochenchart. Ich gehe mit Absicht mal auf den Wochenchart ein, um hier die Dimensionen mal zu zeigen. Schaut mal. Hier in diesem Bereich haben wir das Gleiche auch gehabt. Ja, wir haben hier einen Schub gehabt. Auf Tagesbasis gab es einen Abwärtstrend. Hier, um diesen Markenbereich, um die 10.800-Punkte-Marke, gab es dann eine leichte Bodenbildung. Und dann ist der Markt erst einmal hier von 10.800-Punkten wieder angestiegen auf die Marke von 11.800-Punkten. Also, es gab schön eine Aufwärtsbewegung von 1.000-Punkten. Das wurde schon gemerkt, das damals. Was kam danach? Hier, Widerstandsbereiche. Die Wirtschaft war nicht wirklich besser unterwegs. Dann kam die zweite Welle, gefolgt von einer Erholung. Und dann die dritte Welle. Und das ist das, was hier kurzfristig, hier unten auch wieder kleiner Bodenbildungsbereich um die Marke, das sind hier unten um die 9.300 Zähler gewesen. Schaut es drunter, hoch, Verkaufskerze, nochmal runter nach ein paar Wochen. Dann gab es eine ordentliche Rallye. Also eine schöne, deutliche Rallye zur Oberseite hin. Und dann, was kam dann? Dann kam der nächste Rutsch. Was hier allerdings jetzt interessant ist, ist, dass dieser nächste Rutsch, schaut mal hier drüben, haben wir gesehen, der Markt hat hier, ich zeichne das mal ganz kurz ein, eine Art Boden gefunden, die er angetestet hat. Das heißt hier, dieser Bereich, der ist dann interessant. Und wir sehen es, diese Bereiche sollte man sich entsprechend als Händler dann auch merken, wenn man diesen fortgehenden Bodenbereich oder Bärenmarkt hat. Weil wir hier, wenn wir dann beim nächsten Mal in diesem Bereich auch wieder eine Umkehr sehen, sehen wir, dieser Bereich hat das Zeug für eine Bodenbildung. Was ist dann passiert? Wir sind wieder hochgelaufen, aber da haben wir noch lange keine Entwarnung gehabt. Hier hat sich zwar kurzfristig auf Tagesbasis wieder ein Aufwärtstrend gebildet, aber, guckt euch mal an, was hier als nächstes passiert ist. Hier haben wir in dem alten Ausbruchsbereich hier einen Widerstand gehabt. Wir sind in den Widerstand reingelaufen und dann hat es wieder einen Abwärtstrend auf Tagesbasis gegeben. Das erstreckt sich dann auch in Zeiträumen. Das war hier April 2016, erster Test dieses Bereichs. Und der nächste Test des möglichen Bodens, das war im Juni 2016. Also da geht auch schon immer ein bisschen Zeit um. Und dann kam es dazu, dass der Markt tatsächlich angefangen hat, einen Aufwärtstrend zu bilden. Das ist mal so ein typisches Szenario, was nicht aussieht wie eine V-förmige Korrektur. Wir sehen ja, was hier hinten gerade passiert. Das ist das, was wir aktuell haben. Da kann man schon da auf die Idee kommen, gut, wir kriegen jetzt hier einfach eine V-Form. Wir sind runtergelaufen und laufen wieder hoch. Das kann ich mir bald nicht vorstellen, weil hier in diesem Bereich der starke Abfall auf, dann die deutliche Gegenbewegung. Wir haben ja extrem hohe Volatilitäten. Das wird ein bisschen schwierig, aus meiner Sicht, dort einfach reinzulaufen. Interessant wird jetzt, was hier unten passiert, um die 8000 Punkte Marke, finden wir tatsächlich einen Boden oder nicht. Aber das wird uns die Zukunft erst zeigen. Bis dahin gehen wir jetzt mal weiter in dem Kontext, wie läuft denn so ein Bärenmarkt entsprechend ab. Das heißt, hier gucken wir uns das Ganze mal an, Ablauf des Bärenmarktes. In der Regel ist der wellenförmig. Das heißt, es gibt Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung. Und das, was wir momentan sehen, ist sozusagen, dass wir den Trend auf Tagesbasis haben. Wir haben teilweise sehr, sehr hohe Volatilitäten in Abwärtsrichtung. Das ist das, was wir in den letzten Tagen auch immer wieder gesehen haben. Und die sind ausgelöst durch Panikverkäufe und durch Zwangsliquidierungen. Das an dieser Stelle. Ich bin übrigens diese Woche auch angesprochen worden, ob wir möglicherweise vor einer Hyperinflation stehen. Dann hatte ich diese Woche auch eine Frage bekommen, wenn wir tatsächlich eine Hyperinflation sehen, wo könnte denn der Goldpreis hingehen? Das ist ein Thema, dem nehme ich mich nächste Woche Freitag einfach mal an, damit man auch hier mal schauen kann, mit Blick in die Geschichte, was ist denn Hyperinflation, was macht eine Hyperinflation und wie reagieren die möglichen Assets denn innerhalb einer Hyperinflation? Das schauen wir uns nächste Woche Freitag einmal an. Heißt also, die Wellen. Wellenförmig habe ich gesagt, es bildet sich ein Abwärtstrend auf Tagesbasis. Wenn wir jetzt mal schauen, was haben wir hier? Das Ganze, wir haben mittlerweile einen Abwärtstrend auf Tagesbasis da. Der ist ganz klar da und er läuft auch in Wellen ab. Ich zeichne das mal ganz kurz ein hier. Das heißt hier an dieser Stelle, schaut mal hier. Das sind so die Wellen, die man dann sehen kann. Erste Welle, schön nach unten. Das ist jetzt der zweite Schub. Schön, das Ganze hier. Und ich meine, die Ausdehnung kann ja kommen bis wohin auch immer und dann kommt irgendwann die nächste Welle. Und die Frage, die sich hier jetzt einfach stellt ist, was passiert hier unten in diesem Bereich? Kriegen wir hier tatsächlich die Bodenbildung? Das heißt, ist die Marke um die 8000 Punkte tatsächlich der Bereich, wo wir einen tragfähigen Boden bekommen für die Zukunft oder nicht? Das, das müssen wir erst sehen. Das wird die Zukunft entsprechend zeigen. Nur an dieser Stelle, das ist auch das, wo wir einfach als Trader nur auf den Markt hören müssen und schauen, was hier in dieser Richtung passiert. Also die Wellen sind da und wir gehen jetzt einfach mal in die Wellen rein. Das heißt, wenn wir diese starken Volatilitäten sehen, sehen wir auch sozusagen starke Schwankungsbreiten. Und was passiert, wenn sich der Markt dann ein bisschen abschwächt, ist, dass man so eine Abschwächung der Volatilitäten sieht. Wir sehen in diesen Bereichen auch eine ziemlich starke Rückgänge in den Volatilitätsindizes. Wenn ich das mal ganz kurz zeigen darf, den hatte ich glaube ich auch schon mal gezeigt. Das ist beispielsweise der WIX-Index, V-I-X-X, hier an dieser Stelle. Ich will das mal ganz kurz reinholen hier. Ich schaue mir den gerne auf Finwitz an. Da können wir das Ganze mal sehen. Und da haben wir hier, kurz einen Augenblick, da ist er, der WIX. Schaut euch den mal an. Immer dann, wenn sozusagen die Märkte aus der Volatilität rausgehen, das heißt, wenn die Schwankungsbreite an den Märkten nachlässt, sehen wir hier einen deutlichen Rückgang der Volatilität. Und das ist hier. Schaut mal, hier gab es einen dynamischen Anstieg. Da haben wir ziemlich starke Schwankungen an den Märkten gehabt. Also hier an dieser Stelle, wenn wir uns da mal ganz kurz den DAX anschauen, hier, da sind die Kerzen im DAX auch sehr, sehr lang gewesen. Große, große Schwankungsbreiten. Und hier gegenüber gesetzt einfach mal hier, da ist natürlich die Volatilität stark angestiegen. Dann sind hier an dieser Stelle die Kerzen plötzlich deutlich kleiner geworden hier unten. Und das war der Umkehrbereich hier oben. Da hat die Volatilität nach unten hin abgenommen und sinkt entsprechend ab. Das sieht man hier. Und wenn die abnehmende Wohler sozusagen an den Märkten ersichtlich ist, dann hat man hier im Bärenmarkt eine Erholung. Ich habe jetzt hier drin geschrieben, kurzfristige Erholung. Bei den weiten Schwankungsbreiten, die wir hier mittlerweile haben, kann sich so eine Erholung auch mal für zwei, drei Wochen ausdehnen. Ohne weiteres. Das muss man dann sehen. Aber wichtig in diesem Kontext, das Ganze bitte zusammen sehen mit den Wirtschaftsdaten. Wenn wir eine relativ stabile Wirtschaft haben, kann es auch sein, dass wir eine V-förmige Korrektur bekommen. Wir haben aber momentan keine stabile Wirtschaft. Stabilität sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, hier an dieser Stelle ist es doch eher wahrscheinlich, dass die Wirtschaft erst mal eine Schwächephase durchmachen muss. Das heißt, wir sehen jetzt hier aktuell mit einer guten Wahrscheinlichkeit einfach eine kurzfristige Erholung vor der nächsten Welle. Und dann kommen die nächsten Wellen entsprechend nach unten. Und jetzt gucken wir uns mal neben dem technischen Ablauf eines Bärenmarktes sozusagen den wirtschaftlichen Ablauf eines Bärenmarktes an. Das heißt, das Erste, was wir bekommen, ist immer irgendeine Panikreaktion auf Ereignisse. Das haben wir 2008 gesehen, das haben wir 2011 auch gesehen. Wir haben das in der Internetblase 2001 gesehen. Und wir sehen das jetzt auch wieder in der Corona-Krise. Und diese erste Panikreaktion ist in der Regel die erste Welle. Danach haben sich in aller Regel auch die Staaten und Notenbanken zu Wort geweldet mit Staatshilfen entsprechend an dieser Stelle. Nun, diese Staatshilfen sorgen für eine erste Erholung. Das ist verglichen mit einem Feuer, was brennt, nur mal das Eindämmen bzw. Löschen des Feuers. Noch nicht mehr. Danach ist die Welt noch nicht heile. Das heißt, die Staatshilfen sorgen für die erste Erholung. Da sehen wir die erste Rallye. Das ist das, was wir jetzt auch sehen. Es gibt so ein bisschen Vertrauen, dass es doch nicht mehr schlimmer werden könnte. Und deswegen gehen die Kurse nach oben. Was aber im Nachgang folgt, weil die Wirtschaft ja relativ stark geschwächt worden ist. Es gibt weniger Exporte. Die Unternehmensumsätze gehen zurück. Anstieg der Kurzarbeit. Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das ist ja all das, was wir momentan auch in den Zahlen sehen, die wir aktuell über die Ticker bekommen. Das heißt, die Unternehmensumsätze sinken. Die Gewinne der Unternehmen werden gesenkt. Das heißt, es gibt eine Einpreisung sinkender Unternehmensgewinne. Und wie passiert es zu einer Einpreisung sinkender Unternehmensgewinne? Natürlich über Verkäufe oder bzw. über sinkende Aktienkurse. Das gibt dann entsprechend die zweite Welle, wo man hier häufig auch sieht, die gestiegenen Preise werden nochmal dazu genutzt, bestehende Positionen zu günstigeren Konditionen aus den Depots rauszubekommen bzw. weiter zu liquidieren. Das schiebt dann die nächste Welle entsprechend an. Wenn das durch ist, wenn die zweite Welle durch ist, wissen wir ja, okay, was ist denn jetzt Fakt? Und wir brauchen ja feste Zahlen zum Planen an den Märkten. So, und wo kriegen wir feste Zahlen her? Das sind Wirtschaftsindikatoren bzw. das ist die Berichtssaison mit Blick auf die Unternehmen. Das heißt, die Berichtssaison, die erste Berichtssaison nach so einem Krisenschub bringt die erste Klarheit, wo stehen wir denn überhaupt? Die kommt jetzt im April, die geht jetzt im April los. Ist diese schlechter als erwartet, gibt es eine Ausdehnung vom Abverkauf. Ist diese besser als befürchtet, könnte es sozusagen, wenn sie noch nicht da ist, die zweite Bärenrallye geben bzw. den Gegenschub als Ausdehnung. Das nächste, was kommt, ich muss mal hier anpassen, passt was nicht. Das nächste, was kommt, sind, nachdem wir wissen, wie das letzte Quartal in den Unternehmen gelaufen ist oder nachdem wir wissen, wie die letzten Quartale für die Gesamtwirtschaft gelaufen ist, das letzte Quartal für die Gesamtwirtschaft gelaufen ist, sind dann in aller Regel erst einmal sinkende Geschäftserwartungen. Das heißt, es gibt hier Anpassung der Kursziele, es gibt, weil die Unternehmen Druck haben, Personaldruck, es gibt Entlassungen, hier folgt dann der nächste Abwärtsschub. Fupp, geht es nach unten. Das wäre dann entsprechend mal die dritte Welle. Und dann, dann wird wichtig, die dritte Welle ist oft die finale Welle. Nicht immer, aber oft. Und da ist es wichtig und da haben wir jetzt auch mal einen zeitlichen Kontext, da können wir immer sehr, sehr schön schauen, was bringen denn die quartalsmäßigen Daten. Die bringen uns nämlich Zahlen und wenn wir dort merken, beispielsweise in der nächsten Berichtssaison, ist es so, dass die Unternehmen wieder etwas positiver in die Zukunft schauen. Und schon mal einen genauen Fahrplan geben können, wie geht es denn jetzt weiter nach der ersten, sag ich mal, nach der ersten Krisenbewältigung. Dann, wenn dort das Licht am Ende des Tunnels wieder heller wird oder erst einmal zu sehen ist, dann kommen die Unternehmen wieder auf Kurs. Und das ist dann oft der Zeitpunkt, wo ein Marktumschwung kommt. Und das ist mal so der wellenförmige Verlauf, wie wir ihn an den Märkten sehen und wie wir ihn auch in der Wirtschaft sehen. Damit mal ein kleiner Einblick sozusagen hier an dieser Stelle. Und ja, ich sehe auch hier viele nochmal im Nachgang. Die guten Morgengrüße, die gebe ich natürlich auch zurück. Hier auch sogar mittlerweile international. Österreich haben wir dabei. Die Schweiz haben wir dabei. Ja, sogar einer unserer CEOs von Tickmill schaut heute mit zu. Der IMA. Also, es ist ein interessantes Thema. Ich hoffe, es hat gefallen. Es bringt ein bisschen, sag ich mal, Klarheit in auch gewisse Zusammenhänge. Und das ist auch mein Anliegen an das, was ich an Sie hier gebe, was ich auch mit meinen Klienten immer wieder bespreche. Wenn wir als Trader wissen, was wir tun können und antizipieren können, was wir hier machen, dann haben wir halt eine deutlich bessere Chance, uns an den richtigen Stellen zu positionieren und mit dem Verständnis auch gute Trading-Szenarien planen zu können. Ich sage an dieser Stelle, danke für die Zeit. Empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich, dass unsere Community auch so schön wächst. Einen, ja, sag ich mal, erfolgreichen Trading-Freitag, ein entspanntes Wochenende. Und bis nächste Woche, Montag um 8.30 Uhr, wie immer, im morgendlichen Blog hier live und exklusiv bei Tickmill Deutsch. Ich freue mich drauf und erholt euch gut am Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss.